Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kapitel in der Reihe Entwicklung einer Softwareanwendung aus einem objektorientierten Modell heraus. Wir haben jetzt alles soweit vorbereitet. Wir haben das Modell erstellt, wir haben die Klassen erstellt, wir können Objekte herstellen. Und jetzt kommen wir im nächsten Schritt dazu, die Objekte aus der Datenbank abzufragen, respektive erstmal in die Datenbank reinzuspeichern. Das schauen wir uns jetzt an. Wir sind jetzt immer noch in der Version 4 und haben ja jetzt unsere objektinstanziierte Datenbank, also quasi diese Objektwolke im Speicher, ersetzt durch diesen Datenbankadapter. Und dann schauen wir jetzt mal rein, was wir da für Änderungen machen können, um jetzt direkt mit diesem Datenbankadapter zu arbeiten. Also hier wieder unsere Konsole und hier unsere Kommandostruktur. Ich gehe jetzt mal diese Befehle für die Person durch. Dann sehen wir mal, was sich beim Anlegen von Personen ändert. Und dann gehe ich nachher noch hier diese Abfrageliste durch. Dann können wir mal schauen, wie wir mit LinkU darauf zugreifen. Als erstes lege ich mir mal die Datenbank an. Also hier werden jetzt einfach die Demodaten, die Sie schon kennen, in die Datenbank eingespielt. Und wenn ich jetzt hier auf Create Person drücke, dann sehen wir hier, also das hier vorne, das ist ja so, wie wir es kennen. Also dieser Create Person Dialog, den habe ich jetzt einfach wiederverwendet. Und jetzt wird einfach in dieses Dataset, People, diese Person hinzugefügt. Und was jetzt neu ist, wir müssen es abspeichern. Das heißt, was wir bis jetzt eben einfach immer im Speicher hatten. Und wenn ich im Speicher zu einer Liste was hinzufüge, ist es halt drin. Das müssen wir ja auch machen. Also dieses People ist eine lokale Liste. Also dieses DB Set, was uns da die Datenbank abstrahiert. Und mit Save Changes können wir jetzt alles, was da drin ist, also was wir geändert haben in dem DB Set, auch tatsächlich in die Datenbank schreiben. Also schauen wir uns das mal an. Dann, wir gehen einfach mal einen Schritt weiter. Und jetzt kommt ja hier unser Dialog. Und da können wir jetzt eine Person erstellen. Den Dialog kennen Sie ja schon. Also geben wir mal hier John Doe ein. Hier kann ich jetzt den Geburtsort auswählen mit einem Doppelklick. Und dann sehen wir hier, aha, das sind also hier die Orte. Die hat er jetzt aus der Datenbank geholt. Die haben wir eben mit Init erzeugt. Sagen wir mal, John Doe ist geboren in Essen. Und er hat auch so ein paar Wohnorte. Schauen wir einfach mal hier, was der so an Wohnorten hat. Das kennen wir ja im Prinzip alles schon. Also der hat Bielefeld, Essen, Frankfurt. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Und dann drücken wir OK. Das heißt, wir haben jetzt hier eine neue Person. Und wenn ich da mal reinschaue, dann ist hier tatsächlich unter WohntIn sind die drei Städte schon angelegt. Und GeborenIn, da ist meine Stadt angelegt. Ansonsten die typischen Attribute, Name und Vorname. Und der lebt jetzt noch im Speicher. Das ist ein ganz normales Speicherobjekt. Aber es passt zu unserer Datenbank. Das ist ja aus unserem Datenmodell generiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier Add mache, dann hat das DB Set auch klein Problem, diese Person aufzunehmen. Und wenn ich jetzt Save Changes mache, dann sehen wir, alles klar, diese Person ist jetzt in der Datenbank gespeichert. Wenn hier was schief geht, dann gibt es eine Konsole-Meldung. Was heißt ich, wenn Sie das zu Hause laufen lassen und der Zugriff auf die Datenbank nicht funktioniert, dann kriegen Sie da entsprechend die Fehlermeldung. So, das hat also geklappt. Schauen wir uns mal mit Update an, wie wir jetzt an diese Person wieder drankommen. Im Update ist ja unser List mit verpackt. Also wir erinnern uns. Also, wir sagen jetzt einfach, okay, ich möchte wieder unseren Select Object Dialog haben mit Überschrift ändere Person. Und was wird übergeben? Alle People von Data. Und wir erinnern uns, dieses Select Object bekommt einfach eine Aufzählung von Personen. Also so ein IEnumerable. Und dieses DB Set implementiert das auch. Das heißt also, was hier passiert ist, es werden einfach alle Personen aus der Datenbank geholt. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Also es sieht so aus, wie wir uns das erwartet hatten. Also hier, die kennen wir ja. Das sind ja unsere Standarddinger. Und das ist der John Doe, den ich eben angelegt habe. Den wähle ich jetzt mal aus. So. Jetzt sehe ich, also hier, das ist ja unsere Abfrage, ob der nicht Null ist. Wir hatten ja diesen Abbrechen-Knopf. Wenn ihn einer drückt, dann kommt ja hier ein Null raus. Und jetzt kommt eben hier dieser Form. Also wir übergeben jetzt diese Person wieder diesem Form. Und wir erinnern uns, dieses Form hat ja ganz normal, kriegt ja ganz normal Speicherobjekte. Nämlich vom Typ Person. Wenn ich jetzt hier OK drücke, dann sehen wir, alles klar. Hier ist also unser John. Hier ist der Geburtsort. Und hier sind die Orte, in denen er wohnt. Ändern wir das mal. Sagen wir mal, da sollen jetzt noch welche dazukommen. Und dann drücken wir wieder OK. Und jetzt ganz wichtig. Dieses Datenobjekt, das ist ja aus dem DB Set rausgekommen. Das heißt, das Entity Framework weiß, das ist ein Datum. Das kenne ich aus der Datenbank. Ja, und wenn Sie das geändert haben, müssen Sie jetzt hier einfach auch nochmal mit Save Changes die Änderungen abspeichern. Und dann ist das in der Datenbank. So wie sich das gehört. Gut. Jetzt der Klassiker. Wir brauchen, wollen jetzt mal einen löschen. Also wir wollen das Delete ausprobieren. Auch hier wieder. Ja, also Person to Delete. Ganz normaler Select Dialog. Ja, und welche Personen kann man auswählen? Alle. Also hier ist erstmal, dass alle übergeben. Ja, also wählen wir jetzt mal wieder den John Doe aus. Der soll wieder weg. Ja, hier Person to Delete. Da ist unser John Doe drin. Also wunderbar. Also wird es wohl weitergehen. Und jetzt hat eben dieses DB Set, ähnlich wie eine Liste, eine Remove Funktion. Das heißt, ich kann jetzt hier dieses Speicherobjekt übergeben. Dadurch, dass das Speicherobjekt ursprünglich aus der Datenbank kam, kriegt er das zugeordnet. Also er kann jetzt einfach zuordnen, welches Objekt das ist. Und wenn ich das aus dem DB Set remove und dann Save Changes mache, dann ist es tatsächlich aus der Datenbank entfernt. Ja, das können wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe ja hier dieses List, was jetzt einfach alle People holt und auf der Konsole ausgibt. Das machen wir jetzt mal. Dann schauen wir uns die Konsole an. Ja, hier ist die Konsole. Also Otto, Erwin, Jan, Klaas, Hein und Pitt. Ja, und John Doe ist ja gelöscht. Also ist das ja ungefähr das, was wir erwartet haben. Das passt also. Ja, ein bisschen. Die hier sind jetzt analog aufgebaut. Also Sie haben ja den Quelltext, da können Sie einfach mal reinschauen. Spannend ist es natürlich jetzt hier bei diesen ganzen Abfragen. Machen wir, fangen wir mit der WohntIn-Abfrage an. Also auch hier war ja das Erste, was wir gesagt haben. Wir wollen eine Liste aller Personen, deren Vorname tt beinhaltet. Und die habe ich jetzt hier mal als LinkU formuliert. Also from Person in People. Werden alle selektiert, bei denen die Vorname das tt enthält. Das haben wir eben im Beispiel schon gesehen. Also das ist im Prinzip analog. Und wenn wir uns recht erinnern, müsste jetzt in dieser Personenliste, müssten jetzt zwei drin sein. Ja, und die lassen wir uns jetzt mal eben ausgeben. Und dann schauen wir eben auf die Konsole, denn da werden die ausgegeben. Ja, sehen wir hier. Also People with TT, Otto Müller und Pitt Fischer. Und dann kommt jetzt als nächstes die Liste derer Wohnorte. Ja, auch hier wieder ein LinkU Statement. Ich habe jetzt hier einfach alle Personen, deren Vorname tt enthält. Und von denen wird das WohntIn selektiert, geordnet nach dem Namen des WohntIn, also in dem Fall den Namen der Stadt. Und wir selektieren das ganze Objekt, also quasi die ganze Stadt. Dann habe ich hier noch ein Distinkt dran gehängt, sodass wenn jetzt jemand, wenn jetzt die in, wenn drei oder vier Leute in Frankfurt wohnen aus unserer Liste, dann würde Frankfurt ja viermal vorkommen. Das würde ja viermal über dieses WohntIn selektiert. Und das Distinkt sorgt jetzt einfach dafür, dass die Liste dann tatsächlich Frankfurt nur einmal enthält. Ja, dann sehen wir hier. Jetzt gibt es halt hier die Wohnorte. Da gehe ich jetzt mal einmal durch. Also hier wird ja diese Short Description. Wir erinnern uns, das ist ja ganz normal bei uns am Objekt implementiert, hat mit der Datenbank nichts zu tun. Und als Wohnorte müssten jetzt die drei rauskommen, die wir eben schon gesehen haben. Weil die wohnen ja in drei verschiedenen Orten. Also einmal in Mülheim, in Essen und in Frankfurt wohnen, wir erinnern uns, Otto und Pitt. Das passt. Bevor ich jetzt hier mal diese Landauswahlliste mir nochmal anschaue, würde ich jetzt einfach nochmal ein Land hinzufügen. Den Dialog kennen wir ja auch schon. Das ist, nehmen wir mal Österreich. Und Hauptstadt können wir ja weglassen. Wir hatten ja gesagt, Länder gibt es erstmal auch ohne Hauptstädte in der Datenbank. Das passt also. Und jetzt schauen wir mal hier in das Land. Also wenn ich da reinschaue, sehe ich, okay, also hier wird ja erstmal ein Land, mit dem ich arbeiten möchte, abgefragt. Wieder mit unserem Select Object. Und da werden jetzt einfach alle Länder übergeben. Und wir sehen jetzt hier, jetzt sind natürlich alle Länder da. Wir nehmen jetzt mal Deutschland, weil wir ja wissen, dass in Österreich noch nicht so viel los ist. Da wohnt ja keiner. Zumindest in unserer Datenbank ist das im Moment ein bisschen langweilig. Also hier steht jetzt als Land to Query unser Deutschland drin. Das passt also. Und jetzt haben wir, wollen wir quasi uns mal anschauen, wer da so alles wohnt. Auch hier habe ich jetzt wieder so ein Link-You-Statement eingebaut. Also wir sehen hier, zeigt er uns gleich an, da werden Personen rauskommen. Das ist schon mal ganz gut. Also wir lesen jetzt von allen Städten in Land to Query die Einwohner aus. Also wir nehmen Einwohner von dieser Stadt. Das können wir ja kaskadieren. Das haben wir hier, was wir hier abrufen, haben wir Stadt genannt. Und das, was wir da abrufen, nennen wir Einwohner. Das Ganze geordnet nach Familiennamen. Und wenn ich aus den Städten die Einwohner selektieren möchte, dann muss ich eben hier dieses Einwohner noch hinten selektieren. Und dann kommt natürlich auch eine Liste von Personen raus. Also so eine Auflistung von Personen. Ich habe jetzt hier wieder ein Distinkt dran, damit er uns die doppelten Einwohner nicht doppelt anzeigt. Weil jetzt wieder bei der Abfrage für jede Stadt alle Einwohner abgefragt werden. Und wenn einer in zwei Städten wohnt, landet er natürlich auch zweimal in der Liste. So, auch hier wieder haben wir jetzt eine Reihe von Personen. Also passiert erstmal noch nichts. Das ist hier unsere Standardausgabe. Also einfach jede Person einmal ausgeben. Ich habe das hier unten nochmal alternativ implementiert. Ich habe jetzt gesagt, naja, ich mache einfach mal dieses String Join. Weil das String Join bekommt ja auch ein IAnimRevel von Strings. Und dann nehme ich meine Personen und mache für jede Person dieses Select, Get Full Name. Und das heißt also, dieses Ding hier ist ja eine Liste, eine Auflistung, ein IAnimRevel von Strings. Und das kann ich diesem Join verfüttern. Und dann packt er mir das zusammen. Macht immer New Line dazwischen. Das hier ist quasi der Glue, also was er dazwischen packt. Und dann müsste ja zweimal das gleiche auf der Konsole rauskommen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Konsole. Ja, also Leute, die in Deutschland leben. Hinepit und so weiter. Und hier nochmal Hinepit und so weiter. Also zweimal genau das gleiche. Na, diese etwas kompaktere Schreibweise ist nach ein paar Mal Lesen ein bisschen angenehmer. Ja, als nächstes wollen wir uns dann mal anschauen, wie wir jetzt alle Leute, die an einem Fluss wohnen, rauskriegen. Das ist ja im Prinzip analog. Wir fragen ja die Leute ab, indem wir alle Städte, die an einem Fluss liegen, abfragen. Und dann eben alle Einwohner uns zusammensammeln. Ja, also ich habe hier, fängt es wieder an mit diesem Select Fluss. Also Select Object und da werden die Flüsse übergeben. Also probieren wir das mal aus. Also Personen, die an Flüssen leben. Geht hier los, wähle einen Fluss aus allen Flüssen. Das ist ja unser Select Object. Ja, hier hatten wir ja auch beim letzten Mal schon gesehen, das Spannende ist eigentlich die Ruhr. Ja, also hier Fluss zu Curie, da ist jetzt unsere Ruhr drin. Und jetzt können wir uns erstmal alle Städte beschaffen. Ja, also alle Städte, die jetzt hier im Fluss zu Curie durchfließt sind. Das ist ja noch relativ einfach. Das konnten wir ja mit unseren Bordmitteln eben schon. Und jetzt müssten das ja bei der Ruhr genau die zwei sein. Da sehen wir zwei Durchläufe, das passt also. Also es ist genau Mülheim und Essen, die liegen nämlich beide an der Ruhr. Und jetzt schauen wir mal im nächsten Schritt. Jetzt wird es ja spannend. Also wir holen uns jetzt erstmal, sagen, okay, wir wollen ja am Ende Personen haben. Also aus dieser Liste der Personen, die ja keine Liste ist, sondern so eine versteckte Datenbankabfrage. Wo eben in dem WohntIn Städte sind, die in dem LiegtAn sind. Und dieses LiegtAn, da haben wir dieses Any. Also in der Stadt, WI, in der WohntIn Stadt, soll in dem Any, also soll in der Liste LiegtAn der Fluss, den wir abfragen, drin sein. Jetzt haben wir hier ein Problem, das sehen wir ganz gut. Wir könnten ja, also erwartet hätten wir, dass da jetzt sowas steht wie LiegtAn gleich Fluss zu Query. Das funktioniert leider nicht. Deshalb haben wir uns in den Schritten vorher immer die IDs explizit gemacht. Also hier müssen wir die IDs vergleichen, weil er auf der Datenbank die Integer vergleicht. Das ist sehr schade, da ist LinkQ nicht ganz vollständig. Das wäre eigentlich schöner gewesen, wenn er das auflösen könnte. Aber müssen wir jetzt einfach mit leben. Ja, also, das heißt also, hier in dieser Liste, der LiegtAn, machen wir über Lambda, fragen wir ab, ob dieses LiegtAn diesen Fluss, den wir abgefragt haben, enthält. Wenn ja, dann wird eben die Stadt mit selektiert und eben aus den Personen wird geprüft, ob diese Stadt jetzt mit selektiert wurde oder nicht. Das heißt also, wenn eine Stadt, in der ich wohne, an diesem Fluss liegt, dann erscheint sie. Das Ganze wieder geordnet nach Familiennamen. Das heißt also, wenn die ganze Abfrage fertig ist, wird nach Familiennamen geordnet. Er macht natürlich nicht erst die ganze Abfrage, sondern die Datenbank optimiert das. Aber das ist ja nicht unser Problem. Deswegen, das benutzen wir einfach und ausgewählt wird wieder die ganze Person, auch wieder mit Distinct, weil ja jetzt eine Person, wenn jetzt so eine Stadt ausgewählt wird, weil sie an dem Fluss liegt, dann wird ja jede Person einmal ausgewählt. Und wenn sie mehrfach vorkommt, würde sie auch mehrfach ausgewählt. Also haben wir hier wieder Distinct und am Ende dann wieder unsere gehabte ForEach-Schleife. Ja, also hier ForEach, alles wunderbar. GetFullName. Wunderschön. Auch hier habe ich jetzt nochmal ein bisschen gespielt. Ich habe mir gesagt, okay, ich hole mir die Personen alle in die Liste. Dann mache ich mit Select aus dieser Liste eine Liste voller Strings. Ja, und dann mache ich wieder eine Liste draus und gehe mit ForEach durch. Und ForEach kriegt ja eine Funktion und dann nehme ich wieder das Konsole-WriteLine. Also müsste ja jetzt im Prinzip zweimal das gleiche auf der Konsole erschienen sein. Und sehen wir, alles klar, Otto Müller und Piet Fischer, das sind ja unsere beiden, die in Essen und in Mülheim an der Ruhr leben. Schauen wir uns die letzte Abfrage nochmal an. Also hier hinten dieses Stadt-Personen. Da hatten wir ja diese Abfrage, wo man erstmal ein Land auswählt und dann die Städte, die in dem Land liegen, die man nicht angezeigt haben möchte. Ja, ist ein bisschen schräges Beispiel, aber so, dass man einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie man das macht. Ja, also das Erste, was passiert aus der Liste aller Länder, die ja hier phänomenal groß ist, nämlich Deutschland enthält, wird jetzt ein Land ausgewählt. Und jetzt wählen wir alle Städte aus, die in diesem Land liegen. Ja, und zwar hier aus der Liste der Städte und hier hinten, das hatten wir eben schon gesehen, das ist im Prinzip das Casting, dass hier oben eine Liste voller Städte rauskommt. Ja, dann machen wir das mal. Also jetzt alle Länder, alle zum Land Deutschland gehörenden Städte und dann wählen wir mal irgendwie die zwei aus, dass wir die weglassen wollen. Und dann haben wir ja hier auf der Konsole gibt er jetzt aus, alle auszuschließenden Städte. Ja, das ist bis dahin ja noch nicht so gewaltig. Also Mülheim, Frankfurt haben wir gerade ausgewählt, die wollen wir ausschließen. Und jetzt gibt es eben hier also genau diese Abfrage, alle Länder, also alle Städte aus dem Land to query, also aus unserem Deutschland heraus. Und hier jetzt eben die nicht in dieser Liste drin sind, also in der Städte to exclude Liste. Also wo das Any eben nicht ausgelöst wird. Und da machen wir jetzt gleich mal ein Array draus, dann haben sie das auch schon mal gesehen. Also das ist jetzt ein Array voller Städte und nicht mehr eine Liste voller Städte. Ja, und dann geben wir die auch noch eben aus. Ja, auch wieder mit forEach und unserem Lambda, also unserer übergebenen Funktion. Ja, und dann sehen wir hier die restlichen Städte sind Bielefeld, Essen und Berlin. Und ja, jetzt halt eben wieder die Abfrage der Bewohner, diesmal eben aus der Liste der anderen Städte direkt ausgewählt. Also es wird jetzt nur noch, wenn nur noch die Städte ausgewählt, die wir sowieso schon uns angeguckt haben. Und dann kriegen wir eben hier, wenn wir dann eben aus den Städten die Einwohnern holen, also die Relation jetzt von der Stadt zur Person, die da wohnt, heißt ja Einwohner. Ja, und da selektieren wir dann den Einwohner. Deshalb ist das hier jetzt auch ein IEnumerable voller Personen, weil ja hier hinten eben diese Einwohner selektiert werden und das sind Personen. Ja, und der Distinct, der hilft uns wieder, diese Doppelauswahlen zu vermeiden. So, gucken wir uns nochmal eben an, was er uns gesagt hat auf der Konsole. Ja, alles klar, also die Bewohner der restlichen Städte sind Heimblöd, Jan, Meier, Otto Müller und Erwin Schmidt. Das passt, also wenn ich Mülheim und Frankfurt ausschließe, dann bleiben Bielefeld, Essen und Berlin übrig und deren Einwohner sind Heim, Jan und Otto und Erwin. Ja, soviel jetzt mal zum Thema LinkU. Ja, und das funktioniert ja genauso, wie wir es eben bei den Speicherobjekten gesehen haben, also die im Computerspeicher, im Memory leben. Ja, funktioniert es genauso jetzt mit der Datenbank. Und das Schöne ist, dass LinkU kompiliert jetzt diese Datenbankabfrage zusammen. Und die Datenbankabfrage wird auch tatsächlich erst dann ausgeführt, wenn Sie auf das Ergebnis zugreifen. Wenn Sie also Ihre Fehlermeldung mal so ein bisschen zeitversetzt kriegen, also so in der Zeile, wo Sie meinen, dass die Abfrage längst durch ist, dann liegt es einfach daran, dass die Abfrage tatsächlich erst dann gemacht wird, wenn irgendjemand sagt, so und jetzt brauche ich mal das erste Ergebnis. Gib mir mal was. Jetzt wird es konkret. Bis dahin ist das nämlich alles noch im Cache, also im Hintergrund. Und in dem Moment, wo Sie sagen, jetzt gib mir mal Ergebnisse, dann wird die Abfrage übersetzt. Der macht ja aus dem LinkU SQL und an die Datenbank geschickt und dann wird der Datenbank das erste Ergebnis wieder abgeholt. Nachdem wir uns das jetzt quasi alles zusammengebaut haben, können wir im nächsten Schritt da drauf die Web-Anwendung aufbauen. Vielen Dank.